Applaus Deiner! Deiner hieß dieses wunderschöne Stück und bevor wir wieder eine quitzekleine Erholungspause machen, wisst ihr, die ihr häufiger dabei seid, wenn die Red House Hot 6 im Rothorn spielen, dass wir schon die schlimmsten Sachen hier erlebt haben. Also es war schon so, dass der Georg hier vorne wie Peter Kraus, selig, ne, der liegt glaube ich noch, ne? Der lebt. Aber er hatte das Hängt mindestens so weit auf wie Peter Kraus und da hat er eine Gitarre um den Hals und hat gesungen, Marina, Marina, das war so morgens gegen drei, aber immer wenn wir im Rothorn spielen, dann jammen wir noch so ein bisschen und wir machen jetzt eine schlitzekleine Pause nach dem nächsten Stück und dann, glaube ich, sind ein paar Musiker unter uns und dann würde ich alle Kollegen bitten, schon mal langsam ihre Instrumente bereit zu machen, damit wir nach der letzten Runde von uns, von den Red House, dann direkt nach dem Russ in das Jammen übergehen können und dann schauen wir mal, was der Abend uns noch bringt. Also bevor wir die letzte kleine Erholungspause machen, vor dem großen Sturm kommt noch eine schöne Nummer von dem Orchester, Louis Russell, auch 1929 eingespielt, das heißt, Zeratoga, Schau! Zeratoga, Schau! Zeratoga, Schau! Zeratoga, Schau! Zeratoga, Schau! Zeratoga, Schau! Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Ja, 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 ja.